Wir fangen jedes Jahr um die 2,3 Billionen Fische. Und dazu kommen nochmal 160 Milliarden Fische aus der Aquakultur. Der Beifang, der dazukommt, die 5 Kilo Beifang pro Kilogramm gefangenen Fische. Die Wale, die dadurch sterben, die Delfine, die dadurch sterben. Hunderttausende jedes Jahr. Wir können nicht mal wissen, wie viele Fische wir fangen, weil es nicht wirklich kontrolliert wird. 2016 kam eine neue Studie von der UN raus, die herausgebracht hat, dass wir 50% mehr Fische gefangen haben bisher, als wir dachten. Weil sich einfach niemand an die Regeln hält. Die Länder halten sich nicht an die Regeln, die Fischereiverbände halten sich nicht an die Regeln. Niemand hält sich an die Regeln. Dass schon 85% unserer Fischgründe erschöpft sind. Und dass wir 2050 wahrscheinlich keine Fische mehr im Meer haben werden. Das ist unfassbar. Und gleichzeitig haben wir Naturschutzverbände wie WWF und Greenpeace, die immer noch Apps rausbringen, die uns zeigen, wo wir nachhaltig gefangenen Fisch kaufen können. Und das ist einfach absurd. So pflanzlich wie möglich zu leben. Leib so vegan, wie du kannst. Wenn Leute sagen, ich kann nicht auf Käse verzichten, mach vegan mit Käse. Und dann guck, wie es mit dem Käse ist. Es hör nicht auf, weiterzugehen. Geh Schritt für Schritt, aber geh voran. Wenn es stehen bleiben, können wir uns einfach nicht mehr leisten.